Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch einen Premium Gold Booster der FIFA 365 2021. Ja, so ein Booster kostet 10 Euro. Ich hoffe dafür kriege ich schon mal einen Like. Ja, was sich in diesem Booster befindet, sehen wir nach dem Intro. Ja, hallo und erst mal guten Morgen und ich hoffe ihr habt alle einen schönen ersten Advent gehabt. Ja, da würde ich mal sagen, wir nehmen diesen Booster hier mal von der Pappe hier ab. Der ist hier auf einer Pappe drauf. Zack. Hier steht er noch drauf, dieses Pack enthält drei Premium Gold Limited Editions, eine Limited Edition Online Card und eine Premium Tüte. Ja. Und von den Premium Tüten, da wird noch ein ganzes Display kommen. In einem Video. Also, Magitex habe ich ja jetzt schon alle Dinger gezeigt. So. Somit ist der offen hier, der Premium Gold Booster. So, hier haben wir den normalen Premium Booster. Der ist so in weiß, äh, silbergehalten. So, hier haben wir den, mit den Coins hier und dann haben wir hier noch die Limis und die schauen wir uns nachher mal an. Erst den Booster hier. So. Und wir hätten hier, als erstes, ähm, von Schalke, Matondo. Ähm, ja. Sieht man nicht, oder? Der Name ist irgendwie so grün. So. Matondo. Äh, meine Hände werden immer schlimmer, äh, hier haben wir Fred von Manchester United. Dann haben wir hier Parolo. Dann hätten wir hier die Premium Limited Edition von Marcello. Dann hätten wir hier Burgstaller von Schalke als Dominator. Dann haben wir hier das Klub-Logo vom BVB. Oh, da haben wir direkt hinten dran das Klub-Logo des FC Bayern. Dann kommen hier noch drei Karten, da hätten wir Mats Rui, oh, keine Ahnung, von Ajax. Ja, manche Namen sind so schwer auszusprechen. Hier haben wir Kai-Sedo. Und dann haben wir hier noch Idris Gouet von Paris. Ja, das war der Premium Booster. Dann kommen hier noch diese Karten. Als erstes hier die, das hier ist diese Karte mit den Coins, wo man dann einlösen kann. Oh, hier ist mein Lieblingsspieler, einer meiner Lieblingsspieler, Joshua Kimmich. Hier haben wir richtig geil aus. Dann haben wir hier, äh, Trent Alexander-Arnold. Oder Arnold. Und dann haben wir hier noch Neymar von Paris. Ja, und somit war es das mit diesem Premium Gold Booster. So ein normaler Premium Booster kostet sogar 5 Euro. Also mit diesem hat man schon ein bisschen was gespart. Weil man bekommt ja noch hier die Sachen alle. Ja, da würde ich sagen, haut rein, habt einen schönen Tag und bis demnächst.